hallo und herzlich willkommen mein name ist hati mythos und wir spielen wieder die letzte cinderella und ich sitze jetzt hier mit verschränkten armen direkt vom bildschirm und überleg so ach ja das war ja das was jetzt gemacht haben okay gibt es jetzt irgendwas wo wir hin können kann versuchen den mit irgendwelchen hier mit der holzmaus zu bewerfen ich werde auf jeden fall hier ein pfeil brauchen so wird hat mich jetzt hier ein oberkir hier da liegt ja ab in die balliste mit dir kaboom ins face feuer 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 verbrenner holz mann holz mann holz mann verbrennen die schwelle godmutter muss sie haben ich werde dir helfen helfen wir können die schwarze in den ruinen wenn das hier noch hier ist wer war denn das andere die stiefmutter die liefst du da selbst was zu grabbeln was zu grabbeln komisch aussieht komisch aussieht komisch aus komisch aussieht nicht komisch aussieht er hat also dran dort hier nicht sieht alles komisch aus da hört es auch schon auf plötzlich so was suchen wir überhaupt die suchen irgendein figürchen gott in den figuren ok von mir aus das sieht strange aus da zieht es strange aus da bin ich gerade zufällig gesehen der stein sieht strange aus also ein bisschen kugel geht doch manchmal runter um sachen zu finden wenn ich mir nicht ganz sicher bin bei solchen dingen wie hier die nicht ganz so extrem offensichtlich sind so da fehlt jetzt noch ein arm und eine mumpel die hier liegt und noch ein riesiger flügel eigentlich wo auch immer dieser ist ein arm und ein schlügel nope du nope das war nichts also wir gucken mal hier oben erst mal an witzig wenn der arm hier so dran erbeirat so ein winzling arm so da liegt der arm ja dann können wir das andere ding mehr auflösen oder selbst nicht mehr zum auflösen oh ups komfort würde ich sagen also hier fehlen instrument skis anlatschen wir mal hier drin was haben wir denn hier das war zum grabbeln auf jeden fall juwelenbesetzte fiole klar das herz das sieht komisch aus vom weiten die hübsche bunte feder so dann gibt es hier ein roter band was uns noch fehlt äh ne blume die uns noch fehlt noch eine blume die uns noch fehlt so ein längliches blumendinges was uns noch fehlt rosa reif und die fiole selbst boom easy das war richtig easy mhm mhm bin der grabbelmeister hier dann war hierfür ein crab und pöpsche jummi stiefel ein gesegneter kelt hey cool wir haben einen gesegneten kelt easy was das denn für ein ding holster baumzapfern was dieser teich ist mit klarem reinen quellwasser gefüllt frisches klares quellwasser entspringt aus der niedlichen engelhaften statu oh ist das süß ist das süß so warte mal hier achja da war ja die butze die wir nicht aufkriegen und hier ist äh pistache hier um da liegen erstmal schöne schuhe die blumenkugel hängt außerhalb meiner reichweite dann müssen wir damit irgendwas ranhucken oder was ja haben wir schon ranhucken oder was zumindest bisher so was fehlt denn hier eine engelshafte statu fehlt auf jeden fall so das ist das andere ja zaubernde Miefstutter zaubernde? ja zaubernde Miefstutter alles klar da geht also doch nicht weiter mhm was war jetzt hiermit nochmal achso da muss ich mal sauber machen das Ding kann ich nicht einfach Pinocchio nehmen und rüber reiben über den Spiegel so warte mal wir haben jetzt ein neues Kapitel gestartet ne ist das denn jetzt irgendwas wo wir nicht hin können oh Gott ey ernsthaft nicht wir gehen mal hier wir gehen mal hier das ist ja immer noch so komisch dicht hier ne hier fehlt uns ja theoretisch immer noch ne fehlt uns nicht mehr ne doch irgendein Teil fehlt uns hier immer noch das haben wir aber glaube ich noch nicht ne achso die gucke ich nur nicht hier waren bloß irgendwelche Parabelkrams hier oder was achja da hab ich auch ähm äh ich sag mal einen Tipp gekriegt ich sollte doch vielleicht wenn ich die die Sachen habe da ähm die Parabel doch mal zeigen ich meine ich brauch hier bloß mal kurz reingehen kurz zeigen und dann werden die Dinger ja im Grunde kann man sie sich ja angucken sag ich mal achso warte mal jetzt hier runter hier dann schadet ich jetzt noch 100km in die andere Richtung ne ich bin es ja nicht mehr ich bin solch nicht verwirrt ich hab das jetzt auch schon ernst so weit in die hier spielt ne muss ich mal dazu sagen genau hier war äh irgendwie alles so äh ja genau das hatten wir da war so ein fetter Eingang und so ne sieht fast aus als würde da bald liegen genau wie hier da kommen wir nicht weiter das war im Grunde da waren wir schon drin da wurden wir ja ich sag mal rausgeschmissen jetzt muss ich bloß überlegen wo gibt das hier irgendwas wo man was machen kann wo noch Sachen sind die hier zum Beispiel ist noch irgendwas die erste Cinderella man kann hier wieder mal welche welche einkleiden yay okay da ist uns fehlt jetzt noch ach Halskette und ein europäisches Kleid finden wir noch das ist also dann das hier ne genau ei 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 hier habt ihr echt viel was ihr einkleiden müsst ja so wir hatten gesagt die Mumpel da kommen wir nicht ran ne wofür auch immer die ist so hier fehlt immer noch das Vibe okay purpuren baumsaft und wat also erstmal sauber machen und ich muss irgendwo her aus oben einem Baum das ist auf jeden Fall ein Lappen alles klar dann machen wir das wohl so wir brauchen jetzt noch ein Behälter ne Flasche warum ne Flasche kannst du den scheiß Krug nehmen nein es muss ne Flasche sein ahja ich hab schon vergessen die scheiß Instrumente du fehlbesetzte Violi das vielleicht Tatsache geil nicht so geil falsche Richtung le Spiegel ah dafür muss ich ans frische Quellwasser gehen und den okay das war ne heftige Reaktion auf Dreck auf Drecklappen so erstmal quietschi quietschi machen Tränen die verzauberten Tränen eines goldenen Kindes ha woher kriege ich denn jetzt die Tränen und es wird jetzt also im Endeffekt nur noch die Tränen Goldkind bist du hier irgendwie zufällig äh das ist ja jetzt doof ne so'n bisschen ja das ist ne Müllkippe ne Kühlmippe äh Ritter Emblem haben wir noch den komischen Saft Schatztruhen Ornament Holz ich hab noch keine Schatztruhe gesehen hier toll da gibt es hier das Spiegelportal ist ja nicht so als wäre ich dabei so jetzt sind ja hier diese irgendwie hier ist ja noch die Sache mit dem mit dem Wasser ne da fehlt ja immer noch das blöde aber wie schnell du dir einfach durchsetzen hast aber cool ich hab hier wieder ne Figur ja irgendwie wird jedes mal mehr hier das ist witzig du kannst einfach übelst schnell durch durchbrowsen durch die ganze Kacke jetzt kommst du da nicht mehr rein irgendwie sie total dämlich dass man so nicht rankommt ja wollte ja bloß rübersteigen aber ist ja wir haben jetzt wieder wieder ein Stück gekriegt was wir brauchen die dämliche Stiefmutter jetzt müssen wir hier irgendein Rätsel lösen ach du Kacke drücke auf die Knöpfe um jede kostümierte Puppe auf die richtige Region der Karte ach du scheiße ich hab Geografie 5 übrigens ne aber ich möchte meinen was ist denn jetzt hier was das ist Amerika da drüben ne boom Nummer 1 passt ich will erstmal kurz überlegen was ist denn hier was äh du bist indianisch ne nein 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 idioski id verdammter idiot genau du musst nämlich dahin dann musst du erstmal wir brauchen hier drüben noch irgendwas was hier herpasst ich hab ja so die Ahnung jetzt muss ich echt raten weil ich null Ahnung von sowas hab diese tun wir nicht das steht fest jetzt bring ich hier alles richtig schön durcheinander warte mal du vielleicht okay so so erstmal erstmal kurz überlegen und zwar ne warte 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 die passt doch nicht her wer passt denn nie auf diese verdammte Fläche die passt ja da oben hin ne wie gesagt ich bin total dämlich was äh was solche Sachen anniert ich kann das nämlich absolut ja nicht kannst ja was auch du sein also du hast die Indianerin die Tante hier so und dann diese hier boom so das heißt du musst jetzt noch an die Stelle dann browsen wir dich mal durch so dann haben wir auch das erledigt und dann haben wir es alle man Ego und Ego und Geografie wisst doch nicht was hier wart das Mann war da viel zu blöd dazu da lass mich raten da sind die Tränen drin yeah und noch so ein Lappen ah ne irgendein Parabelkrempel ja da haben wir eine Parabel fertig und ich möchte nicht dass er aufgeblättert wird instant ich möchte wenn das alle wenn wir alle haben haben so und swoosh das Portal ist bereit was hast du wartet für wiss ich auch nicht ja da ist P.S. Nokia einfach abgehauen guck mal da gibt es ein Schatztruhen aufmachen instant wir haben jetzt einen Sack Reis sehr gut achso jetzt sieht aus als müsste man hier dekorativer Einsatz das ist nicht das Ritter-Emblem aber da kannst du kannst dann wahrscheinlich abmachen den Haken nehm ich mal an da liegt der Regenschirm und hier liegt auf jeden Fall Glaslotusblüte ok ich stelle es sich jetzt vor dass man hier super viel äh Zeug hat das wird jetzt ein bisschen schwieriger dieses Mal denke ich das geht noch das ist auch super einfach zu sehen das hier war auch recht leicht und jetzt hat noch so eine rote Mumpel hier und schon lichtet sich das ja so ist jetzt noch so eine große Blüte die muss ja jetzt hier noch irgendwo zwischen oh jetzt sollte ich nicht so schnell glotzen wow also langsam hier land und dann mal schauen wir da ist noch so ein Teil dann ist hier noch so ein Teil haben wir der schon naja gut haben wir das so ah siehst du da war sie direkt wo der wo der sich bewegt hat habe ich den gesehen auch nicht allzu schwer lotusblüte haben wir sonst noch irgendetwas bevor wir jetzt hier losrennen und dann wieder herumheulen weil uns irgendwas fehlt da nehmen wir erstmal nach links in den äh kann ich nicht ja alles klar der wiegt wird durch eine dicke und sich erschlung in den ester versperrt ich komme nicht hindurch machete vielleicht okay du das mit deinen augen kann so nicht stimmen das ist komisch hilf mir die schwelle godmutter hat mich hier okay problem wir holen dann einfach eine machete und dann ne diese bla 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 nicht lotusblüte er wollte das hier klub brauchen irgendwas zum draufkippen später dann verzauberter Dolch auki doki die schätze könnten die ausbeutelative sein bla 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 da ist ein camouflage objekt dem wir sind zwar in Zufall ja schnauze die Dinger sammeln sowieso ne plötzlich kann ich hier rinnen äh okay ich brauch eine Nase für den ich nehme auf jeden Fall erstmal das Seil mit kann ich mich zu nicht selbst einhängen mit ich krieg die Rätsel nicht hin na seht ihr das Muster wie super leicht die Sachen hervorstehen das könnte auch fast end sein hier das nicht okay das aber das auch das sieht danach aus wie das was brauchen wir denn noch noch zwei Teile so ein Rund mit bläulichet das da da und ein Flügel mal gucken ob wir einen Finn befolgt auf diesen Knopf ich bin voll zum Knopf hier haben ne offensichtlich nicht oh da hinten der war ein bisschen wie versteckt weil es im Dunkeln war ich hab mich von dem Licht jetzt leiten lassen sei genommen und das war nicht der letzte Teil nein hong 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 aber ich hab's doch nicht so schlimm und irgendein Schmetterling Ding ins Glas Schmetterling achso ja da fehlt immer noch die komische Nase der Brunnen na hier liegt jetzt mal eine Schere hier ist mal irgend so ein noch mehr zum Anziehen oh ey ernsthaft ne 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 warte mal hier ist da 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 hier kurbel dann leck mich blöder Brunnen ah hier ist ja komische Riese die Nase der ist mir an hier fallen vorher nein ich wollte nicht zurück oh shit ohne den richtigen Flaschenzug das heißt wir haben zwei Teile die äh das wird dann wahrscheinlich irgendwo da rankommen dann wird es ein Flaschenzug mit dem Seil mal keine Ahnung er blockiert auf jeden Fall den Durchgang hier so so was haben wir denn jetzt alles für Krempel ich weiß ja nicht wo wir damit hin sollen wir haben jetzt so viel Schrott hier in der Tasche in der Tasche ich kann ja mal kartenmäßig hier ist auch nichts was jetzt neu blinken würde also hier kann er versuchen nicht mit dem Dolch rauszuschneiden oder auch nicht oder auch nicht warte mal warte 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 warte